Hi zusammen, in diesem Video geht es um das Panzerglas von Spiegen für das Samsung Galaxy Tab S7 FE. Speziell um die Anbringung von dem Panzerglas, weil da so eine interessante Anbringungsvorrichtung dabei ist. Und über meine Eindrücke zu Panzerglas. Als das Panzerglas bei mir ankam, war ich erstmal überrascht, wie verdammt groß die Verpackung von diesem Teil ist. Mit dabei waren einmal eine fancy Montagevorrichtung, die aus einer Ground Plate bestand, in der man das Tablet reingelegt hat. Und als Gegenstück dazu war da noch eine Schablone dabei, auf der das Glas schon aufgeklebt war mit einer Seite, die den Sinn und Zweck hat, das Panzerglas ordentlich anzubringen. Außerdem mit dabei sind Dust Removal Sticker gewesen, so ein Display-Reinigungstüchlein, Mikrofasertüchlein und so ein kleiner Kunststoffschaber, um Luftblasen unter dem Display zu entfernen. Wer schon mal eine Displayschutzfolie oder ein Panzerglas an einem Tablet oder an einem Smartphone angebracht hat, weiß, dass das ein ziemlich nerviges Unterfangen ist. Und es manchmal unmöglich scheint, es ohne ein Fussel unter der Glasscheibe anzubringen. Ich selbst habe mir jetzt auch ungefähr eine Stunde Zeit genommen, habe es in der Vorrichtung eingebracht, habe es erstmal mit einem Glasreiniger und einem Mikrofasertuch aus dem Haushalt. Erstmal grob sauber gewischt, habe es dann mit dem Alkoholtüchlein nochmal abgewischt, dann mit dem Mikrofasertuch. Und schlussendlich habe ich ungefähr noch mal eine halbe Stunde damit verbracht, einfach nur Staub mit den Dust Removal Stickern zu entfernen. Nachdem ich dann irgendwann der Auffassung war, das Display ist komplett staubfrei und es ist sauber, habe ich dann die Schablone genommen. Wollte es mit der Schablone aufbringen, aber beim Aufbringen mit dieser Aufklebevorrichtung hat sich das Glas schon etwas gelöst, sodass es dann teilweise schräg auf dem Display geklebt hat, bevor es überhaupt in der Vorrichtung drin war. Weshalb es dann für mich ein Unterfangen war, vor nochmal so 5 bis 10 Minuten ganz vorsichtig das Glas wieder zu lösen und dann von Hand es anzubringen, wie man es halt macht, wenn man keine Vorrichtung hat. Dementsprechend war die Vorrichtung für mich einfach unnütz und es war einfach ein sehr trauriger Moment, weil man sich die Mühe macht, es so sauber zu machen und dann klatscht einfach die Folie drauf, ist krumm und dann muss man es nochmal entfernen. Und das Resultat, ich zeige es euch auch mal in Nahaufnahme, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich ganz gut geworden, aber leider gibt es so 3 oder 4 Fussel. Einer davon ist ein größerer Fussel, der mich besonders ärgert. Die sind halt auch sichtbar. Luftbläschen sind eigentlich keine weiter mehr vorhanden, außer eben da, wo die Fussel sind. Die werde ich aber auch nicht weiter rausbekommen, meiner Erfahrung nach. Naja. So, wie ihr seht, haben wir gerade einen Zeitsprung gemacht. Es ist jetzt ungefähr 3 Monate später. Ich habe beim Aufbringen des Panzerglases ursprünglich schon meine ersten Eindrücke mit euch teilen wollen, habe dann aber festgestellt, dass das einfach falsch war. Und dementsprechend jetzt hier nochmal kurz ein Langzeit-Fazit meinerseits. Also generell das Allerwichtigste. Schreiben auf dem Tablet, ich blende euch da auch mein Bild ein, klappt noch problemlos. Ich merke auch keinen großen Unterschied zu ohne Panzerglas. Bin dementsprechend sehr zufrieden. Ich habe das Tablet jetzt auch einmal inzwischen von meinem Bett geschmissen, so ungefähr 40 cm Höhe auf Parkett. Oder nein, nicht Parkett, Laminat. Das Tablet und das Panzerglas haben zum Glück beide keinen Schaden davon getragen. Und generell muss ich inzwischen sagen, ich bin sehr zufrieden. Ich habe auch erzählt, dass aufgrund eines kleinen Fails beim Anbringen so Staubeinschlüsse ohne Display sind. Aber inzwischen muss ich sagen, ich sehe sie halt gar nicht mehr. Also klar, wenn ich sie suche und das Display sauber mache, dann finde ich schon wieder so ein, zwei Fußel. Aber es stört eigentlich überhaupt nicht. Und im Großen und Ganzen würde ich sagen, das Spiegel Panzerglas kann man empfehlen. Ich habe es, wie gesagt, selbst gekauft für, ich glaube, um die 20 Euro. Die Vorrichtung, vielleicht, wenn man es sich ein bisschen geschickter anstellt, kann die einem auch helfen. Wie gesagt, mein Punkt war, ich kaufe das mit Vorrichtung, weil es dann einfacher ist, das anzubringen. Würde ich das Panzerglas wieder kaufen? Da ist die Antwort ziemlich einfach und zwar ja. Natürlich hat jetzt die Anbringungsvorrichtung, weshalb ich das Panzerglas eigentlich gekauft habe, mir nicht so viel gebracht. Aber ich bin ziemlich zufrieden mit dem, was es mir bietet. Wie gesagt, keine Veränderung in der Farbe des Displays. Das Schreiben funktioniert gut und der Schutz ist auch gegeben. Und von daher, was will man mehr von so einem Panzerglas? Wenn ihr schon Erfahrungen gemacht habt mit sehr großen Tablets und Panzergläsern oder Schutzfolien, könnt ihr mir die auch gerne mal unten in den Kommentaren mitteilen. Denn, also meines ist bisher jetzt, wie gesagt, sehr positiv. Das Anbringen ist aufgrund der Größe ein Graus. Aber wenn ihr noch günstigere Alternativen habt, mit denen ihr auch sehr zufrieden seid, könnt ihr mir die gerne trotzdem mal unten reinschreiben. Denn wer weiß, wie lange es dauert, bis ich das Tablet das nächste Mal auf den Boden schmeiße. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, ciao.